Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser heutigen Begegnung, liebe Fußballfreunde. Sie haben sich genau richtig entschieden. Mein Name ist Wolf Fuss. Gemeinsam mit dem Kollegen Frank Buschmann darf ich dieses Spiel für Sie kommentieren. Wir melden uns für Sie von einem Spiel in den Champions Finals. Das könnte eine packende Partie werden. Das könnte ein Highlight werden, Wolf. Alles drin. Er zieht ab. Da ist Donnarumma, da macht sich lang. Kurze Ecke. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Das ist die Aufstellung der Terriers. Im Tor heute Gianluigi Donnarumma. Jaja Touré steht mit Michael Essien im Mittelfeld. Und André Rebic spielt im Sturm mit Vissam Benjeda. Hier ist die Aufstellung. So gehen die Gäste heute in die Partie. Im Tor heute Gianluigi Donnarumma. Donnarumma. Ashraf Hakimi spielt mit Gianluca Zamborta in der Verteidigung. Und Kilian Wappé spielt im Sturm zusammen mit Cristiano Ronaldo. Er wartet nach wie vor auf sein 50. Tor. Kann das heute klappen, was man sieht? Ich denke heute kann es klappen. Das dürfte genau das richtige Spiel für ihn sein. Er verliert da den Ball. Da zieht er ab. Sie machen das Tor. Optimaler Start. Früh geht sie in Führung. Genau so hatten sie sich das auch erhofft. So, da hätten wir also das 1 zu 0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Sehr gutes Technik. Das war wichtig. Guter Steinpass hier. Macht er gut. Klaus. Könnte der Ausgleich sein. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungsstart. Ja, das ist abseits. Und wir haben es gesehen. Da war zu wenig Bewegung in der Mitte. Klar, auf den Ball lauern. Das ist eine gute Strategie. Aber so statisch, also so leicht auszurechnen, darf man natürlich auch nicht sein. Hakimi. Ivan Perisic. Das ist abseits. Und wir müssen schon sagen, ein vermeidbares Abseits. Ja, das haben sie sich selber eingebrochen. Da müssen sie natürlich warten, bevor sie den Ball spielen. Geht da mit vollem Einsatz zum Ball. Sie bekommen die Ecke. Ball wird kurz gespielt. Klaus. Dimitri Payet. Sie bauen geduldig auf. Man spürt, dieser knappe Rückstand muss noch nichts heißen. Schade, Ball ist weg. Mbappé. Mbappé. Mbappé mit dem Pass. Daraus wird leider nichts. Nun, ja, ja, Touré. Klaus. Da ist die Flanke. Da ist er da und hat die Flanke. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Das könnte was werden. Da hat er erst Vorteil entschieden, aber jetzt doch abgepfiffen. Freistoß aus der Distanz, aber echte Gefahr kommt nicht auf. Auch so bleibt es erstmal bei diesem Spielstand. Ashraf Hakimi. Hakimi. Ja, vorbei ist er. Saeed Al-Owairan. Balleroberung. Ja, da sieht man die Übersicht dieses Spielverständnisses. J.J. Ococha. So, Ballbesitz jetzt. Machen sie gut. Ball erstmal weg. Touré. Touré. Oh, viel Platz jetzt. Er macht das Tor. Und damit erhöhen sie ihre Führung auf zwei Tore. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Ben Yedda. Das ist es hier. Touré mit dem Fehlpass. In Sachen Ballbesitz sind die Gäste hier die bessere Mannschaft. Und auch die Torgefahr ist da. Das ist alles sehr zielstrebig. Die Führung im Moment verdient. Aktuell haben sie den Ball nicht. Defensivarbeit ist erstmal angesagt. Mbappé verliert den Ball. Ashraf Hakimi. Saeed Al-Owairan. Diesen Ballverlust hat er förmlich erzwungen. Mbappé! Einer! Okay! Und ... all